Die Weihnachtszeit steht mal wieder vor der Tür und es wird mal wieder Zeit. Ihr wisst es bestimmt schon längst, weil es wahrscheinlich im Titel und im Summnel stand. Im Summnel, genau. Es ist mal wieder Zeit für einen Adventskalender vom Zwergenfürst. Und dieses Jahr auch mit drei anderen Leuten. Da wäre einmal der Mordef, die Ninilein und der Takeru natürlich. Drei Leute, die ihr vielleicht noch nicht so unbedingt kennt, die euch vielleicht auf meinem Kanal noch nie beredet sind. Das liegt daran, dass sie auf meinem Kanal noch nie aufgetreten sind. Ja, das neue, ich würde gerade Trio sagen, aber es ist kein Trio. Es ist ein Quartett, ein Quatro, ein irgendwas. Ja, das Quartett, das Langenfürst LP, Mordef, Ninilein und Takeru zusammen. Vier fünfte Squad oder vier fünfte Trupp. Ein Adventskalender 2018 auf diesen vier Kanälen. Ja, ich stehe hier vor dem wunderhübschen Hintergrund in meiner Brutze. Also, ich selbst habe noch nicht wirklich Weihnachtsstimmung. Ich selbst bin noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung, aber das mag vielleicht noch kommen. Jedenfalls geht es morgen am 1. Dezember nicht auf diesem Kanal. Aber mit dem Adventskalender los. Doch auch auf diesem Kanal wird das erste Adventskalender Türchen. Und dann kommt aber auf Mordefs Kanal. Wird morgen das erste Adventskalender Türchen erscheinen. Und ab da geht es dann immer abwechselnd. So dass jeder von uns, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Adventskalender Türchen haben sollte. Auf vier aufgeteilt. Die 24 Adventskalender Türchen. Ja, macht nach Adam Riese. Sechs, wenn ich mich nicht kommt, das irre. Und ja, demnach ist am 1. Dezember der liebe Mordef dran. Am 2. Dezember kommt dann ein Adventskalender Türchen auf diesem Kanal. Auf meinem Kanal. Am 3. ist dann, wenn mich nicht alles täuscht, die Niniline dran. Und am 4. kommt dann der Takeru. Am 5. ist dann wieder Mordef dran. Und am 6. bin dann ich wieder dran. Am 7. Niniline. Am 8. der Takeru. Am 9. Ihr könnt es mittlerweile durch fortsetzen. Und so geht es dann immer weiter. Am 24. ist dann wieder Takeru dran. Und am 25. Nadenlast. Soll ich da mal überraschen. Vielleicht kommt auch was. Schönes Aufrecht zu. Was vielleicht nicht mehr ganz zum Adventskalender dazugehört. Aber mal schauen. Morgen geht es bei Mordef los. Hallo. Und dann auch auf meinem Kanal. Die Videos der anderen werden natürlich in dieser Playlist. Sofern ihr jetzt in der Playlist seid. Oder wenn ihr dieses Video alleine guckt. Also auf der Upload Seite. Dann wird hier wahrscheinlich irgendwo. Vielleicht ein Endcard. Oder wahrscheinlich auch hier oben. Oder da. In der Infobox. Was eingeblendet sein. Der 4.5. Adventskalender. 2018. Da sind natürlich alle Videos. Der chronologischen Reihenfolge nach. Zu finden. Natürlich. Am. Upload Datum am Tag. Selbst erst. Guckbar ist den. 24. Adventskalender. Türchen. Könnt ihr am ersten. Noch nicht gucken. Logisch. Und. Dann freue ich mich darauf. Dass ihr uns dabei seid. Und. Bin gespannt. Was der Adventskalender so bringen wird. Diesmal auch für mich. Eine. Kleine Überraschung. Da ich noch nicht wirklich. Weiß. Was so in den anderen. Adventskalender Türchen. Drin steckt. Wir haben uns natürlich auch nicht abgesprochen. Und. Es ist schon so ungefähr klar. Was wann irgendwie. Organisiert wurde. Für mich zumindest. Und für die anderen. Aber. Ja. Da habe ich. Nur. 6. Kanellertürchen. Jetzt. Bereit. Und. Die anderen. Da. Werd selbst ich. Von überrascht werden. Insofern. Auch. Für mich. Und für euch. Dies ist ja ein ganz besonderer Adventskalender. Also. Bleibt dran. Und. Viel Spaß. Beim ersten Türchen öffnen. Dann. Sehen wir uns. Spätestens. Am 2. Dezember. Auf meinem Kanal wieder. Ja. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Ciao. Ciao. Weil. Ciao. 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 Cari. Untertitelung des ZDF, 2020